Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Heiße Erotik brachte schon in der Wirtschaftswunderzeit nicht nur Warmwasserboiler zum Kochen. Ah, Gustav. Oh, ich störe wohl. Aber nein, komm mal rein. Ja. Das ist ja wirklich ein scheußliches Wetter. Guten Tag. Allerseits. Sag mal, ihr spielt wohl gerade Urlaub. Ja, ein bisschen. Ich habe gerade ein Sonnenbad genommen. Sonnenbad. Bei dem Regen. Aber sonst seid ihr gesund. Natürlich. Wir haben doch unsere Hochgebirgsonne. Im eigenen Heim. Mit der Osram Ultravitalux, dem bekannten Violettstrahler, hat man immer einen Platz an der Sonne. Sie erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der natürlichen Sonnenstrahlung entspricht. Für Kinder ist eine regelmäßige Bestrahlung mit Osram Ultravitalux besonders wichtig. Sie beugt grafitischen Erkrankungen vor und fördert ein gesundes Wachstum. Und wer acht Stunden arbeitet und aus seinen vier Wänden nicht herauskommt, der holt sich mit Osram Ultravitalux wieder frische und Spannkraft für den ganzen nächsten Tag. Das ist es, was die Frauen so lieben an den Männern. Den Duft von Hedrick. In Hedrick oder Cologne, das frisch macht bis in die Nacht. Schenken Sie ihm Hedrick, bevor es eine andere tut. Den Duft von Hedrick gibt's zum Rasieren, zum Erfrischen und zum Verlieben. Verzeihung, begeistert, bedürt von Rex Gildo. Seinen Charme und seinen fantastisch weißen Zähnen. Weiße Zähne kann jeder haben, mit Dürodon Perlweiß. Dürodon Perlweiß für weiße Zähne. Von diesen Zähnen möchte ich mich beißen lassen. Liegen, erleben, erholen. Leckermann macht's möglich. Beirut. 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 orientalische Leckerbissen. Damaskus. Ein Bazarbummel mit reizvollen Überraschungen. Jeden Dienstag direkt Flüge. 15 Tage, alles inbegriffen. 675 Mark. 755 Mark. 857 Mark. Und das berühmte Phönizia. Ab 1228 Mark. Noch nie war Ihr Flugurlaub so preisend. Beirut, die 1968 verlangen Sie deshalb den großen Frühling-Sommer-Prospekt von L.U.R. Neckermann. Neckermann Flugreisen. Bekondo Flugdienst. Rücken wir den Sitz etwas nach hinten. So dass die Arme gestreckt sind. Ich habe den Geschwindigkeitsmesser mit dem Kilometerzähler. Daneben der Temperaturanzeiger mit drei Bereichen. Außen rechts sitzt die Tankanzeige. Da sind vier Bereiche. Prüfen Sie beim Fahren die Betriebstemperatur. Blau bedeutet zu kalt. Weiß normal. Rot zu warm. Wenn Ihnen das als Anfänger passiert, bleiben Sie ruhig. Fahren Sie rechts heran. Experten finden sich schnell. Jetzt meldet sich Ihr Gewissen. Die Bademäntel nicht weich genug. Aber ich... Die ganze Wäsche könnte auch weißer sein. Ich wasch doch so sorgfältig. Genügt nicht. Du musst Lenore nehmen. Genau. Ins letzte Spülbad gehört Lenore. Weiß. Wie noch nie. Jetzt mach's. Ins Bett. Jetzt hat sie ein gutes Gewissen. Alle haben Dich so lieb. Ist das heiß. Ich mach das mal auf, ja? Ja. Oh, dein schönes Kleid. Schweißfrohr. Dabei hab ich doch vorhin ein Diospray benutzt. Das ist doch nicht speziell gegen den Schweiß. Hier. Rexona Antitranspirant. Haha, das stoppt den Schweiß. Darum gibt's bei mir keine Schweißränder mehr. Siehst du tatsächlich? Rexona Antitranspirant. Stoppt den Schweiß. Hör vor mir gleich erstmal. Wenn wir das alles mit der Wirklichkeit vergleichen, hier ist der große Meinungstest aus dem Jahr 1972. Nicht mehr ganz aktuell, aber bitteschön. Aral veranstaltet den großen Meinungstest. Von wem würden Sie lieber bedient werden? Von einem männlichen oder weiblichen Tankwagen? Von einem Mann natürlich. Warum nicht von einer Frau? Und Sie? Tanken ist Männersache. Lieber von einer hübschen Frau. Machen Sie mit beim großen Meinungstest von Aral. Für noch bessere Leistungen braucht Aral jede Antwort. Für Ihre Teilnahme bekommen Sie Goldmedaillensets aller Olympischen Spiele. Von wem werden Sie lieber bedient? Von einem jungen Mädchen. Von einem Mann. Von einem Mann. Sagen auch Sie uns Ihre Meinung. Aral dankt Ihnen. Die Streifensachen, die Laune machen. Limonen und Gletschereisbonbons. Gletschereis, das glitzerkühle Eisbonbon. Glimonen, das prickelfrische Zitrusfruchtbonbon. Zwei Streifensachen, die Laune machen. Limonen und Gletschereisbonbons. Blüßen Sie sich frischen. Olaf, du hustest ja. Du, Olaf hat Husten. Was? Das darf er nicht. Gebt ihm schnell das hier. WIG Formel 44. Ist extra stark. Gebt es tief in die Bronchien. Und beruhigt die Hustenzentrale im Gehirn. Wirst sehen, Olaf. Das hilft schnell. Wenn Sie sich einen Husten wirklich nicht leisten können, WIG Formel 44. Auch als Lombon. Nach langen Drehtagen male ich ganz gern. Und wenn man sich selbst malt, sieht man sich besonders kritisch. Auch seinen Tarn. Und ich sehe, wie gut ihm eine pflegende Seife tut. Meine Lux. Lux mit Feuchtigkeitscreme bekommt viel zartes Kokosöl. Das macht Ihren üppigen Schaum besonders cremig. Kosmetisch zart. Lux mit Feuchtigkeitscreme. Sie spüren, Ihr Tarn ist kosmetisch gepflegt. Mit 18 kommt man auf den Geschmack. Entdeckt, dass es mehr als Freundschaft gibt. Flavor schmeckt ab 18. Kommen Sie herein, Adonis. Sie können alles von mir haben. Alles? Ja, alles. Oh, hab schon.